Hier sehen Sie den Schiff 2 vorbei. Super schön, die tollen Alkoholkabinen. Hier ist direkt das Terminal. Hier gegenüber haben Sie All-Inklusiv. Hier haben Sie auch wireless lang, können Sie reingehen, können WhatsApp schicken, können telefonieren über Skype. Und hier haben Sie das schöne Schiff gegenüber. Ich muss jetzt an Bord, weil in 10 Minuten ist der letzte Mann an Bord. Ich muss jetzt ganz schnell rein. Wir fahren nämlich jetzt Richtung Oman. Ich freue mich schon auf den Oman.